Das ist echt geil. Boah, ich finde das aber krass, was für eine Leute, die direkt reinfallen oder was. Übersprung! Hast du den nächsten Punkt schon? Nee. Genau. So wie erster steht, erster, zweiter, so steht ja nur zweiter. Oder hast du ihn schon? Nee. Aber es sieht gut aus. Oh, oh, ey. Und ich habe ihn. Okay, Leute, jetzt wird die Spirale wahr gemacht. Oh, okay, die Frage ist, muss ich auf dem gelben Pfad? Eigentlich ist Gelb immer das Richtige. Gelb ist immer das Richtige. Und ich glaube, es funktioniert. Okay, Leute, was hat uns die Spirale beigebracht? Das sieht so geil aus von hier oben. Alter, was kommt da noch? Ich glaube, es sollte auch nicht nach ein paar Minuten zu machen sein. Die müssen länger sein. Okay, Leute, was haben wir auf der Spirale gelernt? Gelb ein bisschen wie nach rechts lenken. Jawollo. Ja, okay. Wir stehen jetzt auch gerade beim Hochfahren. Bei der Spirale ist er gegen eine Kante geflogen. Okay. Leute, was haben wir gelernt? Das ist die Lebensweisheit. In die Kommentare. Hashtag. Das Leben ist Gelb. Das Leben bleibt nur noch Gelb, weil ich muss das normal machen. Also, ich bin da immer in der Mitte gefahren. Das hat auch gut geklappt. Ich überdreh mich halt nur, aber das ist eigentlich gerade ziemlich schlecht. Leute, jetzt machen wir es. Das Leben ist Gelb. Gelb ist immer die richtige Wahl. Solange ihr auf Gelb steht, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Alter, aber ganz ehrlich, ist hier ein 200 Teile Limit? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde sagen, alleine schon diese Spirale sind über 200 Teile. Und da vorne wartet der liebe Submarine schon vor dem Ziel. Glaub mir, in der zweiten Map werde ich es dir nicht so einfach machen. Da werde ich dich klagen. Das werden wir auch sehen. Beide Map am Start. Und hast du schon Angst, dass ich die fertig mache? Oh ja, und wie? Das hat sich überzeugt angehört. Das ist richtig leise. Du willst noch sehen, alles? Also, Hochmut kommt vor dem Fallmann, lieber. Ganz so schön, ja. Weißt du? Hä, lol? Ja, ja, genau das muss ich ausnutzen. Der Blindfisch sieht nichts. Das ist ein Automatik-Pakur? Ne. What? Er hat bei mir nicht gepflückt. Aber, ich bin neben dem Ball weit rausgeflogen. Die G hat bei mir nicht gepflückt, egal, ich kann weiterfahren. Doch, niemand braucht den Speed. What? Oh mein Gott. Gras, Alter, ein Automatik-Teil. Hörnerwissig. Let's go. Ah, bei mir hat er diesmal gepflippt. Ich bin schon wieder gegen die Führung gefahren. Na, Alter, Tube ist bei mir auch teilweise 50-50. Aber, wenn man Anschwung holt von hinten, dann kann man ganz normal fahren. Auch. Okay, Leute, Alter, ich bin in Topform gar nicht. Ich bin in absoluter Topform. Guckt euch das an. Ich werde jetzt hier rasieren. Das erste Mal beim ersten Flip raus. Oh mein Gott. Ich hab das zweite dünne Ding gemacht. Ich hab das zweite dünne Ding gemeistert. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Es geht nach oben. Oh mein Gott. Hab ich es jetzt geschafft? Alter, das ist ein wirklicher Hardcore. Alright, Leute, ich hab es geschafft. Der Punkt. Oder? Save mir. Das hat schon mal nicht gut angefallen. Oh jemine, oh jemine, ich will hier nichts beschoren habe. Aber die Warride-Fone gehört mir, glaube ich, nicht. Mein Lieber, ich würde sagen, es steht 1 zu 1 in diesen Warrides. Ja. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, dass ihr weitere Warride-Battles gegen Submarine sehen wollt. Außerdem haben wir ein paar Konzepte überlegt für geile Maps. Da kommt ein nice Zeug auf euch zu. Also, ansonsten, supportet mich gerne mit dem Däumen nach oben, drückt das Abo und helft mir, dieses Jahr noch die 1,5 Millionen zu erreichen. Außerdem gibt es ein regelmäßiges Minecraft-Trade, regelmäßige Streams, alle möglichen diversen anderen Sachen. Also schaut auf dem Kanal vorbei, weil ich nicht weiß, ob die Abo-Box richtig funktioniert. Und ich wünsche euch einfach einen tollen Tag, Leute. Bleibt geil und Dankeschön, Saforin. Macht nichts, Leute. Ciao. 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 Ciao.